Hey Leute, was geht? Hier ist MaxAxFan123 und das ist mein erstes Let's Play und das Projekt heißt Pokémons Markt. So, fangen wir gleich an. Da, Professor Birk. Sorry, dass die Version auf Englisch ist, aber naja. Okay, bla bla bla, immer das gleiche, wie immer, wie in jedem Pokémon-Spiel am Anfang. Bitte dann. Ich hab bisschen Husten, sorry. Das ist mein erstes Let's Play, wollte ich sagen. Also seid nicht zu streng. Bin ich Junge, Mädchen? Ich glaub, ich bin ein Junge. Ja, okay. Mein Name. Also, mir gefällt Dave. Also nenn ich mich einfach mal Dave. Okay, Start. Okay. Ja, ich heiße Dave. Okay. Ja, ich bin sicher. Ja, okay. Little Root. Gut. Okay. Ja, okay. Wenn du meinst. Ich find's immer so lustig, wenn man dann so klein wird. So wie jetzt? Hä? Oh, man hat gar nicht richtig gesehen. Okay, wo? Was? Was denn hier? Ach so, ja. Man ist so im Behindertenlastwagen drin. Und jetzt kommt man gleich raus. Okay. Da redet dann gleich unsere Mutter mit uns. Was will sie denn? Uh, da ist sie. Mama, was willst du? Ja, ja, ja. Ja, ich will unser Zuhause mal sehen, wie es so aussieht. Wie immer halt. Uh, kein Plan mehr, wie die heißen. Wie heißen die Viecher wieder? Oh Gott, ich hab's komplett vergessen. Okay. Wir müssen die Zeit einstellen. Okay. Mal schauen, wie viel was ist jetzt? Warte, ich schau kurz. Hm. Ja, okay. Hey, warte. Doch, ja, genau. Hä? Links. Links, links. Nein, rechts. Right, right. Bisschen weiter. Ja, hier. Okay, ja. Genau, das ist die Uhrzeit. Joa. Ja, ich hab die Zeit eingestellt. Und jetzt geht meine Mutter runter. Und dann gehen wir runter. Und jetzt? Uh, was denn jetzt passiert? Mein Vater ist im Fernseher. Mein Vater ist im Fernseher. Was macht der denn da? Er ist Arenaleiter von Petalburg. City oder was auch immer. Ja, und gegen den werden wir dann kämpfen. Hast du nur so, wollte ich sagen, ähm, die Let's Plays, äh, so Pokémon, die ich jetzt spiele, spiele ich auf dem iPod. Wenn ihr Fragen habt, dann, äh, dann, äh, ja, dann stellt sie mir und ich sag euch, wie ihr macht. Okay. Äh, jetzt wird man mit der Mutter geredet. Jetzt, uh, Mei. Was will die denn? Ach so. Ihr Pokéball. Okay. 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 Dann sehen wir uns später, Mei. Okay, jetzt gehen wir raus. Und jetzt müssen wir da hoch. Davor hat, hat die uns da nicht durchgelassen. Hätte sie uns da nicht durchgelassen. Aber jetzt lasst sie uns durch. Wie cool. Uh, was ist denn hier los? Soll ich dir helfen? Ja, du willst Hilfe? Okay. Ah, jetzt endlich mal die Starter. Den Starter. Hm. Nee, der kann keine Attacken. Der ist geil, aber den hatte ich schon mal. Den. I choose you. Okay. Zickzacks. Oder wie auch immer das heißt. Level 2. Dass das ein leichtes für mich und Mudkip. Ja, ich kenne den Namen nicht auf Englisch. Also, nicht wirklich. Ja, und das ist leicht. Sehr leicht. Ficken, Mann. Alter, das fängt ja scheiße an, Mann. Ja, dann mach besser. Ja, genau. Schau. Jetzt. Jetzt reden wir und jetzt gehen wir ins Labor. Uh. You're Dave. Ja, ich bin Dave. Gehen wir in dein Labor. Ja. Ah, hier. Okay, okay. Eloha. Ja. Ja, er schenkt mir jetzt Mudkip. Was für ein Name. Und ja, ich gebe ihm einen Spitznamen. und weil ich zur Zeit ein bisschen die Jemandenfolgen angeschaut habe, nur so, weil es mich so an meine Kindheit erinnert, wie wenn ich Pokémon spielen würde, dann gebe ich ihm einfach den Namen X-W-M-O-N. Ja, okay. Ja, ich bin sicher, dass ich ihn X-W-M-O-N nennen werde. Okay, und jetzt kämpfen wir gegen May. Mike. Mike. Ich mache keinen Plan. Okay. Ich werde auch alle meine anderen Pokémon so nennen. Also, Digimon-Namen. Die gefallen mir halt irgendwie, keine Ahnung. Okay, mal schauen. Unser erster Kampf im Gras. Uh, da ist er. Joa. Und es ist ein Wurmpel. Gott, ich hasse diese Viecher. Das sind so billig Dinger, die nichts bringen. Die sind halt nicht so mein Stil. Okay. Ja, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich zwischen den Parts werde ich meine Pokémon immer aufleveln. Immer. Also, sie werden, ihr werdet vielleicht ein bisschen geschockt, oder was auch immer das Wort da dafür ist, dass es am Ende des Videos Level 6 ist und dann am Ende, also im nächsten Part, ist es dann schon Level 10 oder Level 12, 13. Ja, und das war leicht und bald haben wir Level Up. Level Up! Okay, noch ein Kampf? Nicht? Nein? Komm schon, ein Kampf. Hey, komm schon, Mann. Ich, eigentlich, Mann, normalerweise betet man darum, dass die nicht kommen, und jetzt will ich, dass einer kommt, und da braucht man richtig lang, bis die kommen. Naja, egal, es ist ein Pfiffchen. Pochiener auf Englisch? Ja, okay, wenn, wenn sie meinen, dass der Name gut aussieht, gut, sich gut anhört, ja, das ist leicht, bumm, down, okay, 23 EP und das ist das erste Level Up. Wir lernen eine Attacke Mud Slap. Was ist das wieder auf Deutsch? Der Plan, aber ich glaube, die ist auch nur Stärke 15 oder so. Ja, und ich werde gleich das Video beenden, deswegen schau ich mal, ob irgendeiner von denen mir jetzt was geben will. Du nicht. Du vielleicht. Nö, fickt euch. Sie sind voll behindert. Ja, okay, dann vielleicht hier oben. Achso, ja, die gibt uns so einen Potion, so einen Trank. Okay, ja, wir wissen, dass das blaue Haus der Supermarkt ist. Okay, vielleicht gibt es noch welche. Willst du mir was geben? Nicht? Ja, lutsch meinen Schwanz. Nee, 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 sorry. Ey, ich will durch. Lass mich durch, du Spast. Ja, okay, dann müssen wir erst so stehen, wir müssen erst mal May, Mike, Mike, was auch immer, egal, haben. Okay, gib mir was. Ey, okay, was kannst, gibst du uns was? Nö, nicht? Behinder, du kleines Ding. So was hasse ich, wenn sie mir nichts geben. Das macht mich voll aggressiv. Ja, der Urban vielleicht. Nö, das mit Maike werde ich erst im May, Mike, ach, egal, werde ich im nächsten Part machen. Das ist jetzt das Ende vom Part. Save. Und, ja, ja, ich weiß, dass ich, ähm, ein anderes Spiel davor hatte. Und, ja, ich bin sicher, dass ich es löschen will. Okay, Dave, save the game. Okay.